Gießen und düngen mit Birchmeier. Durch einfaches Ausbringen von Flüssigkonzentraten. Mit dem praktischen Aquamix 1.25V. Das Dosiergerät für kleine und große Gärten. Zum Beispiel für Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Mikroorganismen. Einfach und schnell bereit. Einfach und schnell in der Handhabung. Mit vier wählbaren Mischverhältnissen. Im Handumdrehen bereit. Kein umständliches Anmischen. Kein lästiges Schleppen von Gießkannen. Schnell, mühelos und genau dosieren. Mit dem Aquamix 1.25V. Dem Dosiergerät für kleine und große Gärten. Wichtig! Der Aquamix funktioniert nicht zum Ausbringen von Nematoden. Dazu verwenden Sie bitte unseren ähnlich aussehenden Aquamix. Einmal mit ihr mornings im Typen und dem Titel. Einmal mit dem csiv ins папakoffer die Inhalts-Pfekt. Das ist der Einmal mit einem Experten. Ich spiele auf dem Projekt. Die Inhaltskontrolle von Gießkannen. Und das war noch ein anderes.